Hallo Jenny, nochmal! Hier habe ich deine zweite Aufgabe. Und zwar ist wieder ein Kreis gegeben, x² plus y² gleich 25 und eine Gerade mit der Gleichung 3x plus 4y gleich 10. Und wir sind jetzt gefragt nach den Tangenten an den Kreis, die parallel zu g verlaufen. Da würde ich immer als erstes mal diese Gerade nehmen, die lautet ja 3x plus 4y gleich 10 und würde sie nach y, also in die Normalform umwandeln, mache ich mit minus 3x, dann steht da 4y gleich 10 minus 3x und dann teile ich nochmal durch 4 und sortiere diese hier nach erst x und dann die Zahlen, denn die Normalform ist ja y gleich mx plus n. Steht also y gleich minus 3 Viertel x plus 2,5. Schreiben wir hier mal nicht als Bruch, kann man natürlich auch gerne als Bruch schreiben. So, Tangenten an den Kreis, die parallel zu g verlaufen. Dazu kann man sich auch nochmal das Basis-Video-Lineare-Funktion angucken. Da geht es nämlich darum, dass man, wenn man eine Parallele zu dieser hier bauen wollte, dann wäre das y gleich minus 3 Viertel x plus irgendwas. Ja, ich mache mal ein Bäumchen dahin. Da kann also 7, 14, minus 3, 8, Wurzel 2 und hast du nicht gesehen stehen. Und wie kann man sich das grafisch vorstellen? Dieser Kreis geht ja durch den, dass der Mittelpunkt hat, hat der, er hat den Mittelpunkt im Ursprung und 25, das heißt der Radius ist, die Wurzel aus 25 ist 5. So, wenn wir jetzt mal minus 3 Viertel x nehmen, dann geht die und durch 2,5 geht sie auch noch, dann geht sie ungefähr, ungefähr so. Ja, das ist wahrscheinlich eher 1,5, aber ist egal. Und jetzt sind wir gefragt nach den Geraden, die hier und da den Kreis tangieren. Jetzt natürlich die Sache, man könnte denken, man kann das ja jetzt hier irgendwie ausprobieren, indem man einfach sagt, gut, ich schiebe das mal ein nach oben und dann gucke ich mal nach. Das ist natürlich jetzt hier nicht gefragt, sondern wir sollen jetzt sagen, an welchen Stellen hat dieser Kreis die Steigung minus 3 Viertel. Und dazu geht es natürlich jetzt hier weiter. Ich schreibe hier direkt darunter nochmal das Teilergebnis y gleich minus 3 Viertel x plus 2,5. Ist die gleiche, ja, hat das gleiche Bild wie die Gerade g. Und jetzt sollen wir diese Gleichung hier nach y umformen, um dann dort zwei Funktionen nach y zu haben, die wir dann ableiten können. Und wo wir dann die Ableitung, den Wert der Ableitung gleich minus 3 Viertel setzen können, dann kriegen wir einen x-Wert raus und haben dann quasi den Berührpunkt, eine Steigung und einen Punkt und dann kriegen wir daraus die, ja, die gesuchten beiden Funktionen. Ich werde das jetzt mal hier machen. Wir haben also x² plus y² gleich 25 minus x², haben wir y² gleich 25 minus x² und dann ziehen wir die Wurzel, dann steht da y1 ist gleich Wurzel aus 25 minus x² und y2 ist gleich Minus Wurzel aus 25 minus x². Denn immer wenn wir die Wurzel ziehen, machen wir plus minus und kriegen dann im Prinzip x1, x2 oder in diesem Fall halt y1, y2 raus. Das sind unsere beiden Funktionsgleichungen. Das nochmal zur Anschauung kurz. Diese hier sieht so aus. Uiuiui. Und diese hier sieht so aus. Also skizziert jedenfalls. Gut, das kann man auch nochmal nachprüfen bei jedem beliebigen Grafenzeichner-Werkzeug im Internet. Gut, jetzt wollen wir also, habe ich gesagt, wollen wir, ja, dass die Ableitung dieser beiden Funktionen, denn einer von den beiden Punkten, das haben wir vorhin in der grafischen Anschauung ungefähr gesehen, liegt ja auf dem einen Grafen, das hier ist y2 und das hier ist y1. Und dann müssen wir jetzt also Minus Dreiviertel gleich die Ableitung von einer dieser beiden Funktionen bestimmen. Jetzt wollen wir mal die Ableitung von beiden hier sehen. Ich mache mal eben die Kamera aus und mache dann gleich die Ableitung von y1. Hier also frisch, frei, fröhlich, fromm, fram, frau ans Werk. Jedenfalls y1 von x könnten wir ja umschreiben oder sollten wir gerne umschreiben als 25 minus x² hoch 1,5. Das ist mein Standard hier für die Wurzeln. Und dann leiten wir ab. Das Ganze auch wieder nach der Kettenregel. 1,5 mal 25 minus x² hoch minus 1,5 ist die äußere Ableitung und die innere hingeschrieben, mal die innere Ableitung ist minus 2x. Das Ganze können wir jetzt zusammenfassen, denn wir haben ja auch die Vorgabe, dass, also dieses hier ist ja y1' von x und dieses y1' von x soll ja gleich, das schreibe ich mal hier hin, y1' von x ist ja die Steigung und da in dem Tangentenpunkt die Steigung der Funktion, oh, 3 Fünftel und das Minus vergessen. Die Steigung der Funktion muss die Steigung der Tangente haben. Und da die Tangente parallel verläuft zu dem hier, muss die Tangente auch die Steigung von dieser hier haben. Das aber nur kurz als Zwischenwiederholung. Und jetzt schreiben wir hier also hin, Minus 3 Viertel ist gleich diese Funktion. 1,5 mal 25 minus x² hoch minus 1,5 mal minus 2x. Junge, ja, das ist ja schön, nicht? Das ist so nicht schön, gebe ich zu. Deswegen schreibe ich hier nochmal die Umwandlung der, ja, dessen, was wir ausgerechnet haben, des ersten Ableitungsschritts sozusagen. Hier steht 25 minus x² hoch minus 1,5. Hoch minus heißt, steht unter einem Bruchstrich. Das heißt, hier könnte ich jetzt unter dem Bruchstrich 25 minus x² in Klammern hoch 1,5 schreiben. Und hoch 1,5 heißt ja die Wurzel. Das heißt, ich kann hier 25 minus x² unter die Wurzel schreiben. Und dann steht hier ja auch noch, diesen Teil haben wir jetzt also schon hinter uns, 1,5 mal minus 2x ist dann minus x. Ich schaue nochmal kurz, ob ich das hier auch so hatte. Ich scheine mich hier verrechnet zu haben, aber das ist nicht so schlimm, weil dieses hier ist ja tatsächlich so, minus 2x ist die Ableitung von x², von minus x². Und das habe ich hier wohl in meiner Aufzeichnung am Anfang vergessen gehabt. Deswegen geht es jetzt hier trotzdem weiter. Wir rechnen aber nicht mit dem Teil, sondern wir rechnen mit dem Teil. Das heißt, der ist einfacher durchzusehen, wie die Umformungen dann hinterher passieren. Denn hier steht jetzt minus x durch Wurzel aus 25 minus x². Wenn wir das rechnen wollen, dann rechnen wir jetzt mal Wurzel aus 25 minus x². Und dafür werde ich jetzt aber für den Schritt gleich nochmal wieder eine neue Zeile anfangen. Hier drunter dann. Und wenn du dir das aufschreiben willst, dann solltest du natürlich immer mal zwischendurch Pause machen und zurückspulen. Wie gesagt, so geschehen. Wir multiplizieren hier mit dem Nenner. Dann steht hier minus 3 Viertel mal Wurzel aus 25 minus x² ist gleich minus x. Nenner ist weg. Erster Erfolg ist gefeiert. Jetzt wollen wir natürlich auch noch die Wurzel wegkriegen. Die kriegen wir weg, indem wir beide Seiten quadrieren. Dann steht hier minus 3 Viertel zum Quadrat ist 9 Sechzehntel. 3 zum Quadrat und 4 zum Quadrat muss gerechnet werden. Oder halt minus 3 Viertel mal minus 3 Viertel. Minus mal minus ist plus, 3 mal 3 ist 9, 4 mal 4 ist 16. Nur mal da zwischendurch. Die Wurzel wird aufgelöst durch das Quadrat. Deswegen steht dann hier nur noch in Klammern. Das Ganze in Klammern deswegen, weil sich die minus 3 Viertel vorher auf die ganze Wurzel bezog. Und jetzt bezieht sich dieser Koeffizient, der quadriert wurde, auch auf den gesamten inneren Term der Wurzel. Ist gleich minus x Quadrat wird quadriert zu x Quadrat. So, jetzt können wir das hier ausmultiplizieren und dann nach x und y sortieren. Das will ich jetzt hier in diesem Fall nicht machen, damit auch noch was zum Selberrechnen übrig bleibt. Dann steht dann nämlich als nächstes 9 ist gleich x Quadrat. Jetzt habe ich eine ganze Menge Schritte übersprungen. Also wir müssen hier erst ausmultiplizieren, dann die x Quadrate zu den x Quadraten sortieren, dann durch die Zahl vor dem x Quadrat teilen und dann kommt das raus. Und das bedeutet natürlich, dass x1 gleich 3 ist und x2 gleich minus 3. Jetzt im Schnelldurchlauf das Ganze nochmal mit dieser Funktion. Diese Sachen hier können wir uns merken. Wir haben also für diese Funktion wollen wir die Ableitung bestimmen. Das mache ich jetzt mal grob hier auf dieser anderen Seite. Wir hatten ja als einzigen Unterschied in der Ableitung, hatten wir ja, dass das Vorzeichen umgekehrt ist. Also steht hier y2' von x gleich x durch Wurzel aus 25 minus x Quadrat. Und auch hier müssen wir natürlich sagen, dass y2' von x gleich minus 3 Viertel sein soll. Auch hier multiplizieren wir mit dem Nenner, dann steht da minus 3 Viertel mal Wurzel aus 25 minus x Quadrat ist gleich x. Auch hier quadrieren wir als nächstes und dann können wir hier sehen, steht auch 9 Sechzehntel mal 25 minus x Quadrat da ist gleich x Quadrat. Und auch hier, das ist jetzt exakt die gleiche Zeile wie gerade eben. Und deswegen kriegen wir auch bei diesem Teil x1 gleich 3 und x2 gleich minus 3. Philosophisch möchte ich da jetzt nicht drauf eingehen, Aber wir haben jetzt unsere x-Werte von den Punkten, die eine Tangente haben, die parallel ist zu dieser Funktion. Okay, viel, viel erzähle. Wir sollen eine Tangente bestimmen und die soll jetzt an diesem Punkt hier sein, beziehungsweise den Punkt kennen wir ja noch nicht. Wir haben ja, wir haben jetzt zwei x-Werte raus und daraus können wir zwei y-Werte bestimmen. Ich mache noch mal eine Skizze dazu, hier haben wir ja unseren, nicht komischen Kreis, unseren Kreis mit dem Mittelpunkt im Ursprung. Und bei x gleich 3 und bei x gleich minus 3 haben wir jetzt einmal hier und einmal hier Tangenten an den, ja, an den Kreis. Den x-Wert und den y-Wert. Den y-Wert kriegen wir also raus, wenn wir den x-Wert in die Kreisgleichung einsetzen. Ja, das werde ich jetzt mal tun. Wir nehmen die Kreisgleichung hier oben, x² plus y² gleich 25 und setzen jetzt da 3 und minus 3 ein. Dann steht da nämlich 9 plus y² ist gleich 25 und wenn wir das Ganze jetzt auflösen nach y, holen wir die 9 hier rüber, steht da 16 und die Wurzel aus, haben wir y1 gleich 4 und y2 gleich minus 4. Das hier ist minus 4, das hier ist 4. Ja? Gut. Wenn wir minus 3 da einsetzen, was kommt dann raus? Minus 3 wird auch an der Stelle quadriert zur 9 und dementsprechend haben wir dann jetzt, ja, gewonnen sozusagen. Wir haben also unseren y-Wert und unseren x-Wert. Und wir haben die Steigung gegeben und jetzt können wir das Ganze in eine Tangentengleichung einsetzen. Und zwar heißt die Tangentengleichung, ja, t von x ist gleich m mal x plus n. Minus 3 Viertel ist uns gegeben als m. Noch mal zur Erinnerung. x ist uns gegeben als 3 plus n. Jetzt x1 natürlich. Und hier zu x1 gehört der y-Wert 4 oder minus 4. Das ist natürlich jetzt tatsächlich dann der Witz. Wenn wir es hier einsetzen, ist es nicht ganz genau. Wir müssten es normalerweise in die Teilgleichung einsetzen, die wir zwischendurch y1 und y2 rausgekriegt haben. Dann wäre es ganz genau. Aber hier geht es jetzt auch tatsächlich darum, dass wir diese Tangente bestimmen. Und deswegen setzen wir jetzt hier mal die 4 ein. Dann haben wir hier minus 3 Viertel mal 3 ist minus 9 Viertel. Und minus 9 Viertel, wenn wir das rüberbringen auf die andere Seite, steht hier 6,25 gleich n. Und dementsprechend haben wir dann die erste Funktion t1 von x gleich minus 3 Viertel x plus 6,25. Und wenn wir die minus 3 einsetzen auf die gleiche Art und Weise, haben wir t2 von x gleich minus 3 Viertel x minus 6,25. Okay, ich bin mal gespannt, wie dieses Video ankommt. Ob du aber etwas verstehst. Wenn nicht, sag mir unbedingt Bescheid. Wenn doch, dann kannst du mir auch gerne Bescheid sagen. Ich weiß, klar, war ein kleines bisschen konfus. Ich bin auch am überlegen, ob ich davon noch eine Kurzversion mache. Da kann mir ja mal jemand ein bisschen was einflüstern. Alles klar, bis dann. Auf Kommentare freue ich mich schon.